Willkommen meine Damen und Herren zu einem weiteren Top 10 Video. Seit einigen Monaten war die ganze Sache pausiert und jetzt geht es weiter, denn es werden sich die Knives gewünscht, es werden sich die Handschuhe gewünscht und ein ganzer Schotter. Und natürlich muss man die Sachen ja auch zu Ende machen. Mit dabei wie immer unser Partner... Skin Baron. Skins kaufen und verkaufen auf Skin Baron für echtes Geld und nicht für Steam Guthaben oder sonst ein Schotter. Deutsche Seite, deutscher Support, falls ihr irgendwie Probleme habt. Man kann aber trotzdem alles auf Englisch stellen, dass ihr die Skins findet, weil mit dem deutschen Namen kennt ihr eigentlich keine Sau. Es geht um die ausgewählten Nomad Knives. Wir fangen auf dem 10. Platz an und gehen dann langsam hoch auf den 1. Auf Platz Nummer 10 liegt das Nightstripe. Es gibt gar nicht so viele Skins für das Knife und die meisten sind gar nicht so hübsch. Aber das hier ist halt immerhin noch eins, das gerade so... Also das Safari Mesh ist ja wirklich... Nicht so hübsch dabei, es ist voll teuer. Ich weiß gar nicht warum. Irgendwie war es bei StatTrak, glaube ich, bei über 1000 Euro gelegen. Weiter als andere von den Teilen. Und da finde ich das Nightstripe schon ein bisschen hübscher. Es ist zwar auch so in einem gegossen, aber man erkennt trotzdem noch irgendwie so die Einzelheiten. Von den Preisen stehen wir hier beim Nightstripe. Ich klicke das mal eben an. Ich weiß nicht, wie viele es davon gibt. Bei dem einen hier. 129,99 Euro in Minimalware. Okay, ist jetzt das einzige Angebot aktuell auf Skin Baron. Hoffentlich geht es bei den anderen ein bisschen mehr. Gehen wir einfach weiter zu Platz Nummer 9. Auf dem 9. Platz haben wir das Nomad Knife Boreal Forest oder Boreal Forest. Das ist jetzt wiederum noch deutlicher in der Absonderung von Griff zu Messer. Wie gesagt, wenn man sich so ein Safari Mesh zum Beispiel anschaut, das ist einfach da so rübergegossen. Das ist nichts. Das ist nichts. Da lobe ich mir doch schon das ja, weil da ist immerhin so eine kleine Unterteilung. Die Spitze ist wirklich komplett anders. Klar, bei dem anderen waren auch so keine Maschen drauf, aber... Das muss schon schön gesondert sein, also Klinge und Griff. Auf Skinny Baroni Peperoni gibt es aktuell diese drei Angebote. 72 Euro, 75 Euro, 95 Euro. Ihr seht hier unten ja jeweils die Wear. Ist jetzt nicht so ultimativ prickelnd, aber wir gucken mal kurz in das Battlescared rein. Man sieht eigentlich kaum einen Unterschied zu dem von gerade eben. Wobei das jetzt auch nicht so. Ich glaube, das war FT, ne? Ja, das war FT. Also geht. Als nächstes auf der Liste haben wir das Forest Didi Pad. Eine sehr gute Unterteilung zwischen Griff und Klinge. Dieses Didi Pad Muster hat auch irgendwie was, ne? Wie so eine Minecraft Map von oben. Sehr schön. Auch dieses dunklere Stück hier oben am Griff ist irgendwie so ein bisschen besonders. Oder besonderer als bei den anderen. Der Preis ist jetzt nicht allzu besonders, aber geht, ne? FT testet 85 Euro. Das andere ist auch in FT testet noch drin. Also da kann man unter 100 Euro sich so ein Didi Pad holen, wenn es einem denn gefällt. In der Videobeschreibung steht auch der Link zu Skin Baroni, falls ihr euch selbst einen Überblick verschaffen wollt oder ihr direkt zuschlagen wollt bei irgendeinem Angebot. Auf dem siebten Platz liegt das Nomad Knife Vanilla. Hier ist es in seiner puren Form. Sehr schön. Es glänzt, sieht gut aus. Es sieht aus wie ein echtes Messer. Meine Freundin sagt bei den meisten Knives in Seasco ja immer, dass die nicht aussehen wie echte Messer, die man so hat. Die es so gibt in der wahren Welt. Aber das könnte ein Taschenmesser sein, oder? Dass man einfach so mit sich führt. Ist ja nicht allzu groß, oder? Ja, das geht schon klar. Das ist ein etwas größeres Taschenmesser. Zum Schnitzen. Für in der Wald. Um Leute zu überreden. Sehr schön. Und vom Preis her begeben wir uns hier direkt in die etwas oberen Gefilde. Richtung 200 Euro. 200 plus. Wobei wir hier auch noch für fast Minimalware bei 175 stehen. Wobei es hier eh noch Painted dabei steht. Macht das hier überhaupt einen Unterschied bei den Vanilla-Teilen? Wie die so aussehen? Sind die dann einfach nur dunkler oder heller? Oder ist das vollkommen Bums? Ich nehme an, ihr wisst es. Das kann mir sicherlich jemand sagen, was da jetzt der Unterschied ist zwischen Battlescared und FN. Auf dem sechsten Platz der Liste steht das Stained Nomad Knife. Stained finde ich gerade auf kleineren Klingen schön. Und der Kontrast zum Griff ist auch gut hier mit diesem schwarzen Segment. Also die Preise hier beim Stained liegen auch wieder so um die 100 Euro. Außer man möchte einen Statrack Knife haben. Dann muss man etwas tiefer in die Tasche greifen. Aber das ist ja eigentlich immer so, dass Statrack teurer ist als mit ohne. Das Bluestil liegt auf dem fünften Platz. Für die Bluestil-Reihe gilt das gleiche wie bei der Stained-Geschichte. Auf kleineren Knives finde ich das schick. Wenn es dann auf diesen riesen Klingen ist, da finde ich dann wirklich kräftige Farben angenehmer. Oder halt irgendwie schicke, also in Counter-Strike. Heute ist es übrigens doch erstmal noch nur ein Top Ten geworden. Und noch kein Macht Spaß, beziehungsweise eben Thief Simulator oder ähnliches. Weil wir heute Abend unser 99 Damage Ligaspiel haben. Und ich noch einige Smogs trainieren muss. Und jetzt habe ich nicht genug Zeit, das andere Video schön zu bearbeiten. Und ich will natürlich gucken, dass die Sachen so gut wie möglich zu euch eben rüberkommen. Ich denke, man hat es jetzt beim letzten Overwatch gemerkt. Das sollte eigentlich auch schnell werden. Und dann habe ich halt vier, fünf Stunden rumgewurschtelt. Aber ja, ich habe noch ein bisschen Zeit, aber halt nicht so viel Zeit, dass es für was richtig Fettes reicht. Aber ich denke, die meisten freuen sich grundsätzlich, wenn irgendwas kommt. So, 126,16 Euro für dieses Nomad Knife Blue Steel. Es gibt gerade keine weiteren Angebote aus Skin Baron. Das kann sich natürlich täglich, stündlich, minütlich ändern. Sobald halt jemand was Neues reinstellt, ist es da. Also wenn ihr hier irgendwas sucht, dann guckt ab und an mal rein. Und was man übrigens auch noch machen kann, um richtig schöne Schnäppchen auf Skin Baron zu finden, ist auf dem YouTube-Kanal von Skin Baron zu gucken. Denn die hauen da einmal die Woche die krassesten Schnäppchen der Woche raus. Wir nennen das selbst Hot Offers. Da ist noch eine Mucke, die habe ich jetzt kurz mal rausgemacht, weil die sonst mit meiner interferiert. Und da zeigen sie halt dann solche Sachen. Wie es auf dem Market Price läuft, auf Steam und wie denn der Skin Baron Preis ist. Und da kannst du halt auch den krassen Unterschied mit untersehen. 108 Euro zu 73 Euro und so weiter und so fort. Also wer einfach sich mal wieder einen neuen Skin kaufen möchte, kann auch hier gucken, ob da was für einen dabei ist. Dass man sagt, oh guck mal ein Hyperbeast in Minimalware für 66 Euro. Komm, wir haben auch kurz in die Mucke rein. Ballert rein, aller. Aber gut, weiter im Text. Auf Platz Nummer 4 haben wir das Nomad Knife Slaughter. Das ist jetzt natürlich schön, nicht übertrieben mit dem Rot, aber trotzdem schick. Und ihr wisst ja, was es davon gibt? Einige Angebote mehr als bei den anderen eben noch. So, wir haben jetzt hier die Preisspanne von 360, aber halt eben in StatTrak und Minimalware bis runter auf 199. Ja, ist schön. Und wenn ihr wissen wollt, wie viel ihr jetzt spart, wenn ihr das jetzt zum Beispiel kauft, im Vergleich dazu, wenn ihr es auf Steam gekauft hättet, dann könnt ihr einfach draufklicken. Und dann seht ihr hier den Suggested Price. Das ist halt der Steam-Durchschnittspreis. Der wird dir immer vorgegeben, wenn du hier was reinsetzt und dann kannst du gucken, wie du deinen eigenen Preis machst. Je geringer du ihn machst, desto schneller wird dein Kram natürlich verkauft, das ist klar. Und ja, hier siehst du eben schon die Differenz, das ist schon einiges. Und da wir bei Best Deals sind, davon gehe ich jetzt aus, das habe ich noch nie überprüft, habe ich hier die geringste Distanz, da die größte und hier sind wir wahrscheinlich irgendwo mittig. Kommt das hin? Ja, es kommt hin, ne? Ungefähr. Also von hier nach hier unten die größte Distanz von eigentlichem Preis zu Skinbaron-Preis. Jetzt kommen dann also wieder die ersten drei Plätze. Ihr könnt raten, was das wohl für drei Plätze sein werden. Es ist ja nicht mehr arg viel übrig. Die meisten werden wissen, was da bei mir wohl zumindest drin steht. Die Reihenfolge vielleicht nicht zwingt, aber was jetzt noch so kommt. Trommelwirbel! Diesmal sogar eingespielt. Hm, naja. Platz Nummer drei, Crimson Web. Kräftig, deftig, würzig gut, mit Spinnenweben drin. Was mir hier am meisten gefällt, ist der Griff. Ein schwarzer Griff, sieht natürlich edel aus. Und hier haben wir auch wieder einige Deals, die auf Skinbaron am Start sind, bei denen man mitunter auch was sparen kann, wie wir jetzt ja eben schon gelernt haben. Guck mal, hier sind es fast 100 Euro Unterschied. Und auf der anderen Seite ist hier sogar ein Preis, der über der Vorgabe liegt. Da müsst ihr natürlich ein bisschen die Augen offen halten, weil das hier normale Menschen, also User sind, die ihren Kram verkaufen. Und hier könnte auch einfach 3.000 oder 30.000 Euro stehen. Den Preis kann natürlich jeder Verkäufer selbst festlegen. Man muss sich dann nicht an irgendwelche Richtlinien halten, nur Kaufzahlen natürlich keine Sauen, ne, wenn man es zu teuer macht. Also preislich, ne, von 379 bis 138 Euro runter ist da alles mögliche dabei. Beziehungsweise, was heißt alles, so viel Auswahl ist es jetzt auch wieder nicht, ne, aber so ist die Spanne. Der Abnutzungsgrad ist schon sichtbar, aber auch nicht so stark, dass man jetzt sagen würde, dass es jetzt irgendwie hässlich ist oder sonst wie. Und schon sind wir auf dem zweiten Platz. Das Nomad Knife Case Harden belegt diesen und hat hier ein sehr schönes Pattern. Viel Gold, nicht so viel Blau, wobei natürlich auch sehr viel Blau geil aussieht. Aber dieses Halb-Halb hier gefällt mir. Aber da könnt ihr natürlich auch wieder gucken, ob es da nicht etwas anderes gibt, das euch besser gefällt. Hier ist zum Beispiel deutlich mehr Gold drin. Und das dritte Angebot ist hier sogar fast nur goldig. Da fällt mir ein, habe ich nicht von Credoart. So eine ganz goldene hier. Ich glaube, die ist nicht hier, oder? Doch, da ist sie. Die güldene Five-Seven. Naja, jetzt kommen wir dann zum ersten und somit letzten Platz, den ich heute zeigen werde. Da haben wir ein wunderbares Fade liegen, das hier richtig schön aussieht, obwohl das eine kleine Klinge ist. Der Griff könnte für meine Verhältnisse noch etwas dunkler sein, am besten komplett schwarz, weil dann würde es auch schicker aussehen hier mit dem restlichen Knife. Es fadet ja aus nach oben hin. Steht ja schon im Namen drin. Und dann würde das hier noch besser zur Geltung kommen. Dieses ausgefadete Stück Metall dann einfach hier zwischendrin. Leider gibt es hier aktuell auch wieder nur ein Angebot, aber immerhin gibt es eins für 379 Euro. Wir können mal gucken, wie das so eingereiht ist. Was wäre der Preis? 434. Ja, ist auf jeden Fall schon mal günstiger als vorgeschlagen. Hier ist es auch nochmal erklärt, wie das funktioniert, wo der Suggested Price herkommt oder wie der ermittelt wird. Und es ist natürlich auch nochmal angemerkt, dass es für ganz besondere Raritäten nicht gilt, bzw. dieser vorgeschlagene Preis nicht zwingend richtig ist. Ja, also das kennt man ja, wenn man irgendein besonderes Pattern hat, dann erkennt es Steam zum Beispiel nicht. Steam sagt dir für die hier zum Beispiel, für die Ocean Man, sagt mir Steam, dass die, ich guck mal kurz, aktuell bei 3 Euro liegt. Aber da sie eben dieses besondere Number One High Ocean Man Pattern hat, ist sie um einiges teurer. Also wir haben im Stream schon ein paar Mal drüber gemunkelt und die Schätzungen gehen so von 50 bis 150 Euro oder 200 Euro so ungefähr. Und das sagt mir Steam natürlich nicht und das wird mir dann auch Skin Barone nicht sagen, so hoppla hopp. Das ist aber ein ganz besonderes Pattern. Da müsst ihr natürlich dann über dieses Wissen verfügen, über das ich auch nicht verfügt habe, das habe ich einfach nur gesagt bekommen. Ich hätte dir wahrscheinlich in einem kleinen Giv-Away rausgehauen. Also man muss aufpassen, bei Skins muss man schon ein bisschen aufpassen. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, ich hoffe es hat euch gefallen. Ich freue mich schon auf eure Kommentare, schreibt auch gerne nicht nur, was ihr glaubt, was die ersten drei Blätter sind, sondern was für einen Knife ihr als nächstes sehen wollt. Wir haben jetzt noch alle vor uns und ich habe eigentlich noch keine Reihenfolge, wenn ich das machen soll, also könnt ihr gerne einfach eben reinballern. Ich würde gerne das und das als nächstes sehen und dann schaue ich, wie viele was wollen und nehmen wir dann das mit den meisten Stimmen. Wir sehen uns dann übermorgen im nächsten Video. Im Moment klappt das ganz gut, jeden zweiten Tag ein Video. Das sollte auch weiterhin so eben laufen. Heute Abend ist Livestream 22 Uhr. Wir haben erst unser 99 Damage Liga Spiel und danach machen wir dann gemütlich unseren Kram. Also dann bis später oder bis gleich, je nachdem wann das Video erscheint. Ich muss ja noch schnippeln. Later! Later!